Aber solange ich atme, auch was auf der Hand liegt, muss ich aus der Hand zu geben bereit sein und muss wissen, wenn ich liebe, dass es wirklich die Liebe zu dir ist. Und nicht nur die Liebe zur Liebe zu dir und dass ich nicht eigentlich etwas Uneigentliches will. Aber solange ich atme, will ich, wenn ich den Atem anhalte, deinen Atem noch spüren in mir. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!